Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude Freunde. Ihr habt im Intro Video eine Zusammenfassung der grundlegenden Rechengesetze, also das Vertauschungsgesetz, Verbindungsgesetz, Verteilungsgesetz und die Klapustre-Regel kennengelernt. In diesem Video schauen wir uns das Vertauschungsgesetz etwas näher an. Das Vertauschungsgesetz oder auch Kommutativgesetz sagt aus, dass bei einer Addition oder Multiplikation mit mehreren Zahlen die Reihenfolge egal ist. Das heißt, a plus b ist dasselbe wie b plus a und c mal d ist dasselbe wie d mal c. a, b, c und d stehen hier für beliebige Zahlen. Notiere dir diese Zusammenfassung gleich mal. Sehen wir uns gleich das erste Beispiel dazu an. Wenn ich beliebige Zahlen addiere, z.B. 81 plus 7 plus 19 plus 23, dann darf ich mir die Reihenfolge der Addition aussuchen. Das kann man dann machen, um z.B. die Addition zu vereinfachen. Etwa so 81 plus 19 plus 7 plus 23. Dann erhalte ich schöne Ergebnisse, die einfach zu addieren sind. Also 81 plus 19, das ergibt dann z.B. 100. Und 7 und 23 ergibt 30. Wenn ich die Rechnung nun fortführe, ergibt es dann 130. Gib die erste Rechnung zur Probe in den Taschenrechner ein und schau, ob ich auch wirklich richtig liege. auch bei einer Multiplikation hat das große Vorteile. Dieses Beispiel soll das zeigen. 2 mal 36 mal 50. Hier macht diese Reihenfolge mehr Sinn. 2 mal 50 mal 36. Denn 2 mal 50 ergibt 100. Zahlen, die zusammen 10, 100, 1000 usw. ergeben, also 10er Potenzen oder einfach ganze Zahlen ergeben, sind einfacher mit anderen Zahlen zu verknüpfen. So kommt mir bei 100 mal 36 einfach 3600 heraus. Ein anderes Beispiel, diesmal mit Dezimalzahlen. 4 mal 1,87 mal 2,5 lässt sich ebenfalls einfacher berechnen, wenn man die Reihenfolge ändert, nämlich 4 mal 2,5 mal 1,87. Denn 4 mal 2,5 ergibt 10. Und 10 mal 1,87 ergibt 18,7. Auch hier war die Rechnung viel einfacher zu rechnen mit der neuen Reihenfolge. Ein häufiger Fehler, den manche bei diesem Gesetz machen, ist es, verschiedene Rechenarten miteinander zu verwenden. Dieses Gesetz gilt nämlich nur, wenn immer dieselbe Rechenart verwendet wird. Die Multiplikation darf nicht mit der Addition vermischt werden. Warum ist das so? Nehmen wir dieses Beispiel her. 3 mal 10 plus 4 ist nicht dasselbe wie 3 mal 4 plus 10. Wegen der Klapustre-Regel muss ich zuerst die Multiplikation durchführen, anschließend die Addition. So komme ich auf der linken Seite auf 30 plus 4 und auf der rechten steht 12 plus 10 am Ende da. Die Ergebnisse 34 und 22 sind natürlich nicht gleich. Deswegen gilt, die Reihenfolge darf nur bei gleichen Rechenarten beliebig vertauscht werden. Das solltest du dir am besten gleich notieren. Glaubst du, du hast das Gesetz verstanden? Dann bist jetzt du dran. Nimm dir einen Zettel und einen Stift, schreibe die folgenden Rechnungen ab und versuche sie selbst so sinnvoll wie möglich mit dem Vertauschungsgesetz zu lösen. Welche Reihenfolge macht am meisten Sinn? Pausiere dafür das Video, die Lösungen kannst du danach vergleichen. Das wäre eine Möglichkeit, die Rechnungen fortzuführen. Hast du dieselben Ergebnisse? Ich hoffe, das Video hat dir weiter geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 3